Höh, nein! Ah, aua. Wo bist du? Ach, wir werden glaube ich immer an anderen Stellen geportet, kann das sein? Ja, ich hab irgendwie das Gefühl. Ach, du wurdest da hinten in die Ecke und ich wurde auf der anderen Seite. Du hast nur noch Hosen an bei mir. Deswegen bin ich so schnell tot. Was hab ich noch an? Sag mir, was habe ich noch an? Ich gucke gleich, ich muss nur ganz kurz. Ja, ja, ich hab den hier gerade im Pad. Oh nein! Aua. Ich hab auch nur noch Hosen an. Schnell equip durch Inventory Tweaks. Ich hau dir aufs Maul, du Elender. Alter, dass der so schnell sein muss, ne? Das regt am meisten auf. Das ist so schlimm. Vor allen Dingen, wenn dein Game auch noch leckt. Ach Gott, ich brenne. Burn it with fire. Oh, Moment. Ah, nein. Wie viel? Ah, aua. Ich hatte ihn im Petto, bis er mich getroffen hat. Hier vorne ist er. Ja. Ich sehe nichts. Irgendwas ist kaputt gegangen. Äh? Ist er tot? Er ist tot, ja. Oh, geil. Oh nein. Aua. Jukebox, wo ist die Jukebox? Hier, 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 bei mir. Ich war blind, ich konnte nichts sehen. Und katschen. Und katschen, loot, loot, loot. Ah, geil. Berserker Potion, geil. Aber keine Brust. Gold Nugget, hab ich für dich mal. Okay, ich hab jetzt dann 10 Stück. Mhm. Ähm, was hab ich? Du scheinst ja noch ganz gut equipped zu sein. Ich hab hier noch so'n Diamantschwert für dich. Ist aber schon ein bisschen beschädigt. Ja, meins auch. Also von daher, das nehm ich gerne. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen nochmal zum Shop. Ja. Aua. Zum Beispiel jetzt mindestens zwei Teile der Rüstow holen kann. Ich bin der Nahkampf, also ich brauch sowas. Wo bist du denn? Ich bin draußen. Ich geh zum Shoppen. Ach, gab's da irgendwo ein Porto, oder bist du schon rausgerannt? Ich bin rausgerannt. Oh, das ging ja schnell, ne? Natürlich, wenn's um Shoppen geht, bin ich so schnell wie möglich fertig. Das klang gerade ein bisschen schwul. Nee. Wenn's um Shoppen geht. Ah, wenn's um Shoppen geht. Ladies. Ladies. Ladies night. Ladies, beeilt euch. Nö, geh nahrs. Nö, wir müssen mal Shoppen gehen. Vanish Potion brauch ich doch nicht. Warum wollte ich mir das kaufen? Ich hol einfach mal zweimal zwei Tränke der Regeneration. Mhm. Ah, jetzt bin ich auch... Jetzt hol ich mir erstmal ein bisschen Fleisch. Ich hab jetzt 13 Fleisch, das sollte für den Rest reichen. Wir sind übrigens fast... Wir sind übrigens fast fertig. Ja? Wurftrank der Heilung hol ich auch nochmal zwei. Moment, hier hast du Trank der Regeneration zwei. Nein, meine Knochen. Da, da vorne. Willst du die Knochen wiederhaben? Warte, wo sind sie denn? Ja, doch, kriegst du immer wieder. So, ich hol mir jetzt aber auf jeden Fall die Brustplatte. Und... Hey, die Hose und die Schuhe kann ich mir noch leisten. Aber den Helm nicht mehr. Verdammt. Lass mich raten, der absolute Endboss ist Hero-Bine. Was? Du fährst zehn. So, ich tue mal ein Steinschwerter wieder rein. Achso, äh, Questlog müssen wir jetzt lesen. Wir haben ja jetzt alle drei umgehauen. Mhm. Ähm, find a way to stop Herobrine if he managed to bring a Widder to our world. We are doomed to chaos and destruction. Do not fail. Kill Herobrine. Los, töten wir Herobrine, bevor er ein Widder in unsere Welt holen kann. Tut und tun. Ein Widder ist ein... Das schwarze Skelettfeel, das rumfliegt. Oh. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Gut. Was schlägst du das Gras kaputt? Aber geht nur dein Schwert kaputt. Ich höre Musik. Ich auch. Hat die schon immer gespielt? Nee. Glaube ich zumindest nicht. Ich weiß es nicht genau. Achso, das ist, ähm... Vom Magier. Von der Hexe? Nee, vom Magier. Ach, naja, wir sind direkt drunter. Naja. Dass man das so weit raus hört, der ist unglaublich. Diese 8-Bit-Musik ist einfach geil. Ich weiß. Ich liebe 8-Bit-Mucke. You shall not pass. Geht einfach... You shall not pass. Geht einfach dran vorbei. So. Oh, hi. Weiß gar nicht. Wir dem Vieh einfach mal ein Pfeil ins Gesicht. Die sind da, die, hinter die, hinter die, hinter die. Da sind noch zwei Monster. Und Räume. Haben die dich eben getroffen? Nö. Ich hätte gelacht, wenn. Weil die nämlich nach mir gezielt haben. Ich hab'n Bogen für dich. Neun. Äh. Ja. Wieder die Beauty-Teile. Hier hast du übrigens noch Schuhe. Und das hier. Oh, geil. Geil. Brauch ich nicht mehr. Ich hab' jetzt die Monik. Und die halten einiges aus. Schutz 2. Explosionsschutz 2. Feuerschutz 1. Haltbarkeit X. Das ist geil. Oh, ja. Hallo, ihr Monster. Zwei Zombies. Mit denen werd' ich ohne Probleme fertig. Krieg dir jetzt voll aufs Maul. In euer Gesicht. Ich hätt' dich so umgebracht, wenn du mich eben getroffen hättest. Alter. Direkt vor mein Gesicht. Das war der Plan. Du wolltest es knapp. Alter, schon wieder? Ja, ich stand direkt neben dir. Willst du mich umbringen? Nein. Jetzt hab' ich mir vor's Gesicht geschossen. Willst du mich umbringen, oder was? Das ist ziemlich dämlich, was? Ja, klar, auf jeden Fall. Hi. Das war's von Anfang an. It's a trap, it's a trap. Oh mein Gott, ist so'n Mini-Zombie auf Crack. Nein. Aaaaaaah. Hahaha. Sorry. Hahaha. Hey, hier ist Phoenix Karma. Jazzplate, kannst du haben? Was ist das denn? Ah, geil. Angelic Brustplatte. Also die Pfeile hier vorne, ey. Hahaha. Ey, das ist, das ist modern. Aua. Eco. So. Hier war, glaub ich, Kekse drin. Ich hab'n Keks und'n goeinen Apfel und du kannst du mir jetzt die Brustplatte nehmen. Yeah. Nein, ich geb' dir den Keks. Hier hast'n Keks. Oh geil. Oh, 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 oh. Hast du schon? Kekse! Es ist nur einer, also. Äh, er hinkt da. Ach, ja. Kein Wunder, dass ich ihn nicht aufnehmen kann. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Ähm, was schmeiß' ich denn mal raus? Alles. Alles. Der ganze ist Equip. Gebt mir das totale Equipment. Ähm, was haben wir denn hier? Beihlst du dich mal? Ja, ich muss ganz kurz durchgucken, was ich rausschmeiße. Ich will heute noch Herobrine in den Arsch treten, der hat übrigens eine Diamantenaxe als Waffe. Ähm, 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 ähm. Ich kann dir kurz diese Fähigkeiten sagen, die er macht. Äh, er belebt die Bosse wieder. Aber ein bisschen abgeschwächter. Er teleportiert uns immer an so eine Stelle und schmeißt uns dann voll auf den Boden. Was sonst ein bisschen... Das ist gar nicht gut. Ja, der hält uns dann eine Weile fest. Äh, ich hätte dir vielleicht nicht einen Bogen geben sollen. Hast du noch einen Bogen für mich? Und mindestens einen Pfeil? Ah, ne, Pfeile hab' ich. Einfach einen, der wenigstens noch ein bisschen was aushält. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Da hab' ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, passt schon. Oh, weil wenn der uns festhält, können wir wenigstens noch mit dem Bogen leicht zielen. Alles klar. Okay, ich hau mir mal Berserker-Potion rein. Und ne Trank der Regeneration. Und, los geht's. Statusfeld and Resurrection, kann er. Vernichtet die Tunte. Wo ist er? Du bist zu late, stupide Menschen. Der Widerer ist alive und bald wird uns mit uns joinen. Ach, dann ist der da. Wir werden nicht einen Widerer bringen in diese Welt. Ich denke, du unterstimmst meine Güte. Menschen, jetzt sterben. Da ist Hero-Brine. Oh Gott, Zombies auf Crack des Todes. Dein Helm. Hero-Brine. Die meiner Meinung nach geilste Cre... ...Bee... Das meinte ich. ...Pasta. Ja, es geht. Zieh mit dem Bogen und töte ihn. Er hat dich getötet. Kann er brennen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, da ist der Skelett-König. Aua. Ich brenne. Ich brenne vor Leidenschaft. Vernichtet den Skelett-König. Sie sind beide in einer Ecke. Nein! 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 Oh, ich wurde umgehauen von Hero-Brine. Ne Knack. Nein, es kommt auch noch dieser scheiß Magier. Oh Gott, ist das schwer. Aua. Nein, nicht der Magier. Alles nur nicht der Magier. Oh Gott. Aua. Ich bin tot. Alter. Nein! Du hast mich getroffen, du Mongo. Scheiße. Warum wirst du immer da hochgeportet? Ich frag's mich auch. Nein, ist auch noch die Spinne am Leben. Oh mein Gott, ich glaub, hier brennt grad'n bisschen was. Das war ich diesmal nicht. Geht's dir gut da oben? Ja, der, 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 äh, das Skelett zum Beispiel ist tot. Das ist gut, ich bin verbrannt. Nein, es kommt auch noch die Hexe. Oh nein. Oh nein, die Hexe ist direkt... Äh, nicht scheiße, scheiße. Nein, warum muss der Magier ausgerechnet zu mir kommen, während ich da oben festhänge. Bei mir sind Herobrine die Hexe, das ist auch geil, nicht geil. Und die Spinne muss doch irgendwo sein. Herobrine, du Bastard. Herobrine ist down. Oh, das ist geil. Ah. Ah, da ist die Spinne. Schallplatte. Nein, nein, ich bin geportet. Ich bin geportet. Wie das heißt, Herobrine, I avenge your death and bring cows to the world. Herobrine hat wirklich einen Wider. Wir müssen ihn töten, bevor... er kann durch den Portal durchgeheben. Ich bin tot. Jetzt müssen wir auch noch die ganzen Mops hier umnieten, oder was? Was geht mit dir ab, du scheiß Hexe, ey? Ich prügel dich in den Nähtei. So. Ich bin vergiftet. Und du auch. Okay, da oben ist die Spinne noch. Ich würde sagen, zur Vollständigkeit. Zur Vollständigkeit. Ja. Da ist sie down. So, ich muss mal gucken, was ich habe. Ich habe Herobrine's Madness Axe. Das ist geil. Und ich habe hier für dich das Ding. Das Ding. Und das war's eigentlich. Okay, das ist geil. So, ich rüste mal die Axt aus. Und ich brauche einen Hut. Ne? Habe ich das jetzt? Hm? Ich habe den Müll aufgesammelt. Wie kann ich das wagen? Shame on you. Was ist das da? Das ist ein Beacon. Du kommst da nicht mehr raus, wenn du da reinfällst. Das siehst du, oder? Ähm, nein. Ich habe vergessen, den Loot mitzunehmen. Oh. Cloudus liked Helmet. Oh, ich habe sowieso... Oh. Ein Viech ist hier noch. Friss Herobrine's Axe des Todes. Danke. Wie viel Damage macht er? Äh, 15 bis 18. Das ist alles andere als schlecht. Schärfe 8. Nemesis Deckgliederfließer 2. Bann 2. Plünderung 1. Und Haltbarkeit X. Wo bist du? Achso, hinter mir. Hinter dir. You shall not pass. Widder. Also lebt der schon, der Widder? Ja, den müssen wir jetzt umkloppen. Ah, lass mal Questlog lesen. Achso, ja, natürlich. Hey, Victor ist hier. So, Questlog. Kill the Widder. Warning. This boss fight requires... Fight... This boss fight requires coordination and skills. Make sure you are well prepared. You can always leave the fight and put it on hold. Quest 6. Subscribe to Hypixel on YouTube. Das machen wir nicht. So, der Widder. Hier ist übrigens noch eine Strategie in der Kiste. Der ist extrem stark. Es gibt da so eine Skelette, die haben Obsidian auf dem Kopf. Die lassen so eine Kristalle fallen. Crystal of Anger. Die können wir bei Vector, der ist da auch in dem Kampf, gegen Bogen eintauschen, welcher dem Widder extrem viel Schaden macht. Das Problem ist, der hält nur drei Schüsse. Und wir müssen den Widder auf unter die Hälfte kriegen, damit wir den im Nahkampf treffen können. Normale Pfeile machen denen viel zu wenig Schaden, weil er nämlich noch geboostete Gesundheitsregeneration hat. Stell sicher, dass du auf jeden Fall, also wir werden es erstmal so probieren, stell sicher, dass du aber auf jeden Fall genug Tränke hast und sowas. Mhm. Und auch Nahrung genug. Ich hab 18, wenn du was brauchst. Ich hab noch 8, das... Du hast den Bogen rausgekotzt. Ja, das war nicht geplant. Den wollte ich auch nicht. Was ist denn das für eine? Äh, ja, die Beauty da. Ja, geht. So, wir können übrigens jetzt eigentlich so ziemlich alles, was wir wirklich überhaupt nicht mehr brauchen, da reintun. So, wie Zombiefleisch und sowas brauchen wir da nicht mehr. Okay. Und... Also wir werden den erstmal normal versuchen und wenn es dann wirklich nach der Zeit nicht mehr klappt, dann setzen wir uns einfach in Creative. Alles klar. Weil ich hab stundenlang an den gesessen. So, da wären wir. Im Nähter. Oh mein Gott. Und links spawnt immer so Holy Water, also seh zu, dass du mindestens zwei freie Slots hast. Runden in der Leiste. Weil die können den Obsidianen-Viechern Schaden machen. Heftigen. Und... Oder können dich auch heilen. Oh Gott. Ah. Aua. Ich habe schon zwei Crystals Anger. Geh auf die Skelette, nicht auf den Widder, du Spast. Okay. Holy Water. Ich hab's. Und werde in der Zeit voll weggefistelt. Hast du gesehen, wie viel Schaden das Teil gemacht hat? Ja. Wir brauchen sehr viele dieser Bögen auf einmal. Scheiße. Wie, ich bin richtig weit hochgeflogen. Das Beste ist, dass die Axt noch Pründerung drauf hat. Das heißt, die Chance, dass es dropped ist, Sir. Okay, das ist gut. Ich muss mich heilen. Äh, ich muss essen. Hm, bisher läuft's aber ganz gut. Sagte er und starb und sein Mitstreiter starb. Er stirbte. Da hinten rechts siehst du übrigens das Blaue. Da. Da ist, äh, der Typ, der uns... die Teile, den Bogen craftet. Oh Gott. Hör, wie ruhig auf einmal. Dachte ich mir auch gerade so. Oh. Der Widder hat mir einen Headshot gegeben. Not nice, sir. Not nice, sir. Holy Water incoming! Dein Helm ist kaputt. Double kill. Holy Water! Danke. Ne. Ja, das... Hallo, das macht den Viechern Schaden, ja. Aber ordentlich. Ja, natürlich. Okay, ich hab 15 der Kristalle. Okay. Wie fährst du? Äh, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Du solltest sie erkennen. Äh, warte, warte, warte. Ich bin am verwittern. Ich hab zwei. Du solltest dir unbedingt einen Helm aufziehen, wenn du keinen hast. Äh, wenn du... Noch ein Hass. Ja, ich weiß, ich weiß, aber, äh, wo hab ich denn einen? Na, toll. Warte, ich hab noch einen. Ah, doch, einen hab ich noch. Ich hab auch noch einen. Nimm ihn. Nimm ihn hart von hinten. Also den... Oh Gott. Also den Widder, nicht mich. Oh, okay. Ich hab 19. Wir brauchen extrem viele. Wenn wir nicht sehr geübt sind mit Bogen. Und den zu treffen ist ne... Kunst für sich. Okay. Ich hol schon mal zwei... Holy Water in dein Gesicht. Oh Gott. Hier sind grad drei Viecher in mir gespawnt. Das find ich jetzt aber nicht sehr nett. Das nennt man ein Double Kill. Das nennt man, alter... Holocaust. Wen ist es Riemer Knochen? Falls uns die Nahrung ausgeht, können wir ja nochmal zurück. Das ist ja kein Problem. Ja. Oh Gott, nein. Rette mich. Ich bin gleich tot. Holy Water. Ich bin weggewittert. Wittert away. Nimm das Holy Water. Du hast glaub ich keinen Platz. Ja, eben. Das wollte ich mir da nehmen. In dein Gesicht. Warte mal, ich mach mir mal Platz in meinem Inventory. Ich schmeiß mal die... Die Tränen da raus. Vergiss hier, dass du noch Platz brauchst für die Bögen. Okay, ich schmeiß einfach mal ganz viel raus. Schmeiß einfach alles in die Lava oder so. Ich versuch dich in der Zeit zu beschützen. Okay. Uh. Ausweichen der Schüsse. Das heute extra bei mir. Uh. Voll den obsidian-Skeletten-Wuterkopf in den Schädel gerammt. Nein, 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 nein. Ich wurde getroffen. Try to swim in Lava. Sehr gut. Und bin dann in die Lava gefallen. Sehr gut. Hier liegt übrigens eine Rüstung. Warum liegt hier eine Rüstung? Hast du die weggeworfen? Ja. Ich hab so viele Rüstungen. Eine Phoenix Karma, Alter. Die behalte ich. Ich hab jetzt übrigens 30 dieser Tränen. Ich hab sieben. Jetzt hab ich das Wurftränke der Heilung weggeworfen. Ich passte. Holy Water ist ab. So, jetzt hab ich auch genug Platz. Ah, warte mal. Ich versuch mal, den Wurler mit nem Bogen zu treffen. Um zu zeigen, dass das extrem wenig Damage macht. Oh Gott, ich hab ihn gepullt. Aua. Flieht, ihr Narren. Aua. Oh, shit, be gone. Holy Water in dein Gesicht. In euer Gesicht. Nein, ich hab durchgeworfen. Lebst du noch? Ja. Ich gleich nicht mehr. Trank der Heilung. Schnell. Aua. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Ich muss zum Holy Water. Schnell. In euer Gesicht. Das nennt man ein Triple Kill. Ich habe 40 Tränen. Oh Gott. Dein Helm ist schon wieder kaputt. Was macht mein Helm denn immer? Schnell, ich habe vier Bögen. Aua. Nein, ich stehe unter Beschuss. Ich habe immer noch das Akku vom Widder, ey. Das ist unglaublich. Aua. Das kriege ich gerade voll derbe aufs Maul. Holy Water in your face. Wo ist das? Ach, der ist die ganze Zeit über mir, ey. Flieht, ihr Narren. Nein, ich. Welches Level bist du eigentlich? 40. Oh, über drei Fall. Alter, wie der die ganze Zeit auf mich geht, ey. Warum kann man die Schüsse nicht zurückwerfen, ey. Komm runter, du Mongo. Ich hau dich tot. Aua. Dann hau ich euch halt zuerst aus den Socken. Hintertür, ein hässliches Skelett des Todes. Nein, Fischkuchen. Dem, dem, der, dem. Dem, dem, dem. Nein, du bist weggewittert. Tö. Nein. Ich bin vom Server geflogen. Bin wieder drauf. Ich habe es gesehen. Aua, Aua. Aua, Aua. Alter, der Wunder geht gerade voll enraged. Das nenne ich meinen Tank. Ja. Nein, du Obsidian-Skelett. Nein, die Träne. Oh Gott. Weißt du, das Skelett kill ich. Aber die Träne fliegt in die Lava. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Nein. Ich bin weggewittert. Ich habe übrigens noch haufenweise Holy Water. Zwei. Ja, ich habe jetzt auch. Drei habe ich. Ich habe 36 Kohle. Woher zur Hölle? Äh, die Widderskelette droppen Kohle. Nein. Ich rette dich. Hinter dir ein hässliches Skelett. Ich habe wieder 14 Tränen. Schnell, kauf dir die Tränen. Äh, kauf dir den Bogen. Aua. Ich lenke den Wunder ab. Wo? Hier hinten. Ah, da. Nein, ich habe meine Tränen rausgeworfen und du hast sie eingesammelt. Egal. Zieh ein. Zieh rein. Mach einfach rechts, shift, links, klick auf die Bögen dann. Ich habe einen. Einen? Ja. Wie viele Tränen hattest du nur? Ja, ich habe mir nur einen genommen gerade eben. Ey, warum hast du dir einfach shift, rechts, klick drauf gemacht? Da hättest du gleich alle, die du holen konntest. Dafür brauchte ich zu lange zum Überlegen. Dörp. Dörp. Oh Gott. Zwei Skelette und der Widderskelette auf mich. Ich rette dich. Wollen wir jetzt auf den Widderskelette gehen? Ja, wie viele Bögen hast du? Einen. Das wird nicht reichen. Damit haben wir jetzt insgesamt fünf. Warum kletterst du da hoch? Während die ganzen Smonkoskelette noch hinter dir herlaufen. Genau deswegen, ja. Wo ist das Holy Water? Aua. Ich habe das Fleisch aus meiner Leiste gezogen. Ich bin ein Held. Ja. Ich bin in Lava gefallen. Bin ich jetzt auch ein Held? Du bist noch viel größerer Held als ich. Och, wir sind so Helden. Ja, ne? Autsch, das hat mir ein bisschen wehgetan. Komm schon, wenn ich noch eine Träne kriege, dann kann ich mir noch einen Bogen holen. Dann sollten wir beide erstmal sterben, um das Akku zu verlieren von allem. Und dann sollten wir den Winter wegsnipern. Aber vergisst nicht, der Bogen hält nur drei Schuss. Oh Gott. Deswegen habe ich ja gesagt, mehrere holen. Ja, okay, ich habe mir noch einmal einen geholt. Hol dir doch gleich mehrere. Ja, mehr Tränen habe ich nicht. Was? Du hattest nur 20? Ja. Und ich hatte ja 40, äh, 50, wenn man bedenkt, dass ich dir noch 10 zugeworfen habe. Okay, dann stirb mal, dann... Hey, wir könnten uns für 12. Maragden dir mal ein Schwert holen. Ja, ne... So. Ich bin tot. Stirbst du auch mal? Ja, warte. Ja, warte, Moment. Moment. Warte, ich... So. Bin tot. Okay, warte, wie viele Bögen haben wir jetzt? Ich habe ein, zwei, drei, vier, fünf... Fünf Bögen habe ich. Ich habe zwei. Zwei, okay, dann werfe ich dir noch einen raus. Okay. So, jetzt ziehe die Bögen alle in die Leiste und verschieße sie dann gegen den Will. Da ist ein Mongoskelett. Moment. Ich nehme einen anderen Bogen und schieße erst mal das ob sie an das Skelett ein Headshot. Oder auch nicht. Jetzt aber. Er ist runtergefallen. So, okay. Äh, ne, das steht da wieder. Versuchen wir jetzt mal die Viecher aus unserer Sichtweite zu pullen. Du hast gerade einen gepullt. Was? Wieso? Oh, shit. Egal. Wow. Einschlag. Genius. Okay, ich sehe den Wille auf jeden Fall. Ich noch nicht. Der ist da rechts. Meine Maus spackt gerade ein bisschen. Ich habe ihn getroffen. Und ich habe gepullt. Ne, ne, ich habe gepullt, weil ich ihn getroffen habe. Schieß. Schieß, du Mongo. Schieß um dein Leben. Jetzt Nahkampf, Nahkampf für ihn. Nahkampf für ihn. Wir schaffen es. Ohne Creative. Wir sind besser als Zombie und Debitor. Wir sind besser als Zombie und Debitor. Ja. Oh Gott. Flieht, ihr Narren. Ach, du Scheiße. Oh Gott. Ah, aua. Ah. Ich werde gefistet. Wo ist das heilige Wasser? Heiliges Wasser. Alter. Multi-Kill. Aua. Spawnt die immer noch? Egal. Da hinten ist eine Brücke erschienen. Hinter mir, irgendwo. Du hast keine Rüstung mehr. Außer Schuhe und Hose. Also, trotzdem noch die Hälfte der Rüstung. Ne, ich habe nur noch. Ich bin weggewittert. Meine Rüstungsleiste ist voll. Einfach, weil ich drei Teile vom Demonic Set habe und eins vom Angel League. Hast du noch Rüstung? Ich habe noch einen Helm, wenn du willst. Rechts neben dir. Du hast keine Schuhe. Ähm, wo habe ich denn Schuhe hier? Ah. Nein, Hose, Hose. Friss den Helm. Ah, einen Helm habe ich sogar selber noch. Aber den nehme ich trotzdem mal mit. Hier sind noch Schuhe hinter dir. Oh, geil. Diesen Angel League. Auch wenn wir gleich durch sind. Wir müssen trotzdem noch die Skelette hier umbringen. Sie sind unverwundbar für mich. Ne, doch nicht. Eliminiert sie. Sie sind alle tot. Yeah. Wir haben es schneller geschafft als gedacht. Ja. Alles ohne Creative. Mensch. Mensch, wir sind echt nicht schlecht. Ein bisschen, glaube ich. Ein bisschen schon, aber nicht ganz so schlecht. Kohle. Du hast keine Spitzhacke. Ich weiß. So. Oh, ein Tunnel. Wurde der wohin führen mag. Vielleicht ans Ende der Welt. Bis zur Unendlichkeit. Und auch viel weiter. Ne, Moment mal. Oh, oh. Did you really think you could kill me? Es ist hier, O'Brien. Oh, nein. Oh, es hängt bei mir. Bei mir auch. Ich glaube, Minecraft ist abgeschmiert. Denke ich auch. Oh, nö. Aber wir wären ja sowieso noch zum Ende teleportiert worden. Würde ich sagen, to be continued. Und ich würde... Ah, nein. Es geht wieder bei mir. Bei mir noch nicht. Nicht? Aber. Das ist ja auch nicht so schlimm. Dann wartest du einfach kurz. Ich starte Minecraft neu und... Ja. So gegen Ende nochmal abspacken hier. Ey, ernsthaft. Nach fast zwei Stunden. Der Bogen heißt, den wir bekommen, den wir benutzen sollten. Heaven's Grace Bow. Ich habe mich selbst in Brand gesteckt. Ich bin ein Held. Das Programm reagiert nicht. Minecraft. Captain Obvious strikes again. Ich habe den Neta-Stern vom Widder abgekrallt. Fischkuchen-RP left the game. Weil er ein Nongo ist. Steunt aber wieder. Nee. Mir ist die ganze Zeit aufgefallen, ich hatte noch zwei Tränke der Regeneration. Und den goldenen Apfel. Shit. Esse ich jetzt einfach. Und der Apfel hätte mir Resistenz verpasst. Und Feuerresistenz. Und ich brenne. Jo. Ist doch nett. Seems legend. Ist doch nett von mir, dass ich dich in Brand gesteckt habe. Hast du die Aufnahme unterbrochen? Nein, ich habe die Aufnahme noch nicht unterbrochen. See you next time, humans. Thank you for playing, Herobrine's Mansion. Make sure you follow Hypixel on YouTube to see more. Yo. That was. Das war doch nice. Ey, guck mal, das ist ein Enderman, den wir mal gepullt haben. Du kannst mit Pfeilen nicht treffen. So. Ich probiere es auch immer wieder. So. Ey, cool, wollen wir da mal runterspringen? Yay. Yay. Ey, das sind Köpfe von YouTube. YouTube wirklich? Ich weiß nicht. Also von YouTubern, so einige, die es getestet haben oder so. Weißt du was? Ich gehe da wieder hoch mit einer Perle. Tschüss. Nein. Au. Hey. So. Ich würde aber sagen, das war es dann. Erst einmal mit Minecraft. Nach über 200 Folgen. Ich hasse dich. Nach über 200 Folgen gehen wir dann erstmal in eine kleine Pause. und fange dann später höchstwahrscheinlich nochmal eine neue Welt an. Oh, neue Welt? Ja, eine neue Welt. Warum? Weil ich es kann. Nein. Ist doch nice. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben und hoffe, dass ihr auch nicht enttäuscht seid, dass es jetzt erstmal eine Pause gibt. Es wird wieder kommen. Da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Und ich bedanke mich auch für dich, dass du mir hier bei der Map geholfen hast. Ja, gerne. Immer gerne. Es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war eine geile Sache. Ich würde sagen, das war es dann von uns. Ich hoffe, schaut auf jeden Fall auch mal bei ihm vorbei. Let's Play Drat 4. Ja, das läuft ein bisschen schleppend gerade. Aber ist ganz lustig. Ja. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt wieder. Ich hoffe, das nächste Projekt wird einige freuen. Zumindest einige, die Retro-Spiele sehr schätzen. Es wird auf jeden Fall ein Super Nintendo-Spiel. Das klingt doch schon mal gut. Und wir sehen uns dann demnächst. Bis bald. Ciao. Tschüss.